so leute euer burek wieder am start nächste instanz ist demon world aka dämonenwelt off gehts wie ihr mit sicherheit sehen könnt habe ich nicht gerade den besten pc allerdings ist das noch mal links halten und einmal noch und dann gehts so den einen boss haben wir da gesehen der anderen boss ist da kommt jetzt noch ein hiffen boss so 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 wie immer in der beschreibung ist ein link für derjenige die screenshots hier befindet sich auch noch in der regel eine schatztour und natürlich hier sehr überraschend so und dann gibt es hier in der regel noch eine schatztour alles klar dann bis zur nächsten instanz so so